Ja, hallo meine Herrschaften, da sind wir wieder und hallo liebe Gabi. Moni, hallo Horst, du siehst heute so außergewöhnlich fröhlich aus Horst. Ja und das bin ich auch Moni, liebe Zuschauer, ich habe zwar gerade einen riesen Batzen Geld verloren, weil mich so ein Depp von der Bank falsch beraten hat, aber dennoch geht es mir gut. Das interessiert bestimmt viele unserer Zuschauer, die auch gerade viel Geld oder vielleicht sogar ihren Job verloren haben. Du sagst es Moni und für all diejenigen gibt es jetzt dieses ultimative Heimzahler-Set, den Power Revenge Master, damit können es allen und jederzeit heimzahlen. Und Gabi, weißt du was das Sensationellste am Heimzahler ist? Sag es mir. Dass man es mit dem Heimzahler, es sich auch jederzeit selbst heimzahlen kann, egal ob in den eigenen vier Wänden oder daheim, im Büro, auf der Autobahn, wurscht. Du meinst, wenn ich als Manager gerade ein Riesenunternehmen an die Wand gefahren und 3 Milliarden Schulden aufgetürmt habe, oder 4 Milliarden, oder 5 Milliarden, oder 6 Milliarden, oder 9 Milliarden, oder 10 Milliarden, oder 381 Milliarden, oder 382 Milliarden, oder 383 Milliarden, oder 384 Milliarden, oder 385 Milliarden, oder 386 Milliarden, oder 387 Milliarden, oder 387 Milliarden. *** *** *** *** *** *** ***